3, 2, 1, drop it! Und wieder 2 kommen wir zu meinen ersten Food Champions Rewards. Wir haben vorhin die Top-Martin geöffnet. Ich habe euch einen Highlight von meinem besten Spiel mit dem 8-8 und dem 11er schießen als Highlight reingepackt. Schaut euch Video gerne an, zum Schluss kommen die Rewards. Ich würde sagen, viel Spaß dabei. Wir starten das Video. Let's go! Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Hauptcamp. Und wir gehen ganz schnaggeli schnaggeli erstmal in die Rewards rein. Ja, ist so oder so, weites anfühlt. Mal gucken, vielleicht ziehen wir den in den Walkout wenigstens. Krass oder wär cool. Bin ich mal gespannt. Walkout, let's go! Dybala, let's go! LOL! Let's do, komm! Komm rein Dybala! Willkommen, mein Bruder! Werde ich auch machen. Sehr, sehr geil! Boah, schlecht sieht er nicht aus. Martins. Hat's ausgedient. Ja, jetzt sehen wir eh nur noch Talente. Okay. Aber da geht's. Seltenes. Spieler-Pack. Naja, da wär krass, wenn da jetzt auch noch was drin wäre. Oh, Carrasco! Und, weißt der! Also, die... Die Rewards gehen ja wirklich viel. Bin ich mal gespannt, ob hier auch nochmal wieder ein Walkout kommt. Erstmal öffnen wir dieses drei gewöhnliche Spieler-Pack hier. Ach, ich trottel. Ich wollte Acerbi in irgendeine SBC-Ball an. Egal, jetzt... Jetzt stoße ich ihn... Jetzt stoße ich ihn ab. Och, Digga, vor allem der hätte sogar in diese italienische SBC, in dieses italienische Duell gepasst. Ach, komm. Ich nehme alle Spieler mit. Außer, die du die Karte sind. Ich brauche meinen Verein. Muss ich euch jetzt mal wieder füllen in dem Spiel. In dem... So, Primo gewünschtes Spieler-Pack. Chilt. Mal gucken, was da geht. Oh, ey! Mein... Oh, mein Freund El-Sharabi. Mitnehmen. Also... Premium Gold-Spieler. Chilt weiter geht's. Oh, 83? 83er? Oh, Birki? Ne, Sommer. Lul. 85er Sommer. Let's go. Ne. So, Prime-Elektro-Spieler-Pack. Weiter geht's, Chet. Mitten im nächsten dran. 80er. Und... Wieder tot. As... Serdio. Asenio. Mein. Kann da vielleicht ein Barbo mal dahinter sein? Ne, Ikone hab ich gezogen. Ich hab ne Ikone gezogen. Ja, Ikone hab ich gezogen. Ne. Was ist dazwischen? Oh, Workout! Hals. Ich wollt grad sagen, Hals malen. Brasilien kamen. Brasilien kamen. Brasilien kamen. Brasilien kamen. Ach, hier die Runde. Let's go! Jawoll, Chet. So gehen die Tore rein! Jawoll! Ach, Digga, Chet. Das kann nicht wahr sein! Let's go! 3-2 Bruno. Come on! Weiter geht's! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh... 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 His-ing-ing-ing-ing-ing-ing-ing-ing-ing-ing-ing-ing-ing-ing-ing-ing-ing-ing! Oh... Same, eh-ing-ing! Das ist so einfach. Guckt euch das mal an... Guckt's euch einfach an! Wie schlecht das ist! F terrific! ... F Workout! F�도... Let's go! Ja, Digga! Let's go! 8-7 120 plus! Meine Güte! 1-0 für ihn 2-0 für ihn Jawoll! Er hält einfach! Alles klar, Mein Meister! 2-0 für ihn 2-1 Wer verschießt 2-2 nach 3 2-2 nach 3 2-0 für ihn 2-0 für ihn 2-0 für ihn 3-0 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 für ihn Ach ne, oder? Das ist lieber Ernst. Das ist mein Freund. Das ist mein Freund, den ich verfluche. Schon frech, dass du denkst. Oh, was ist Toni? Mein Meister. Na was, Junge? Das ist so eine Flachpfeife. Ich muss ihn nehmen, komm. Ich muss den Bruder nehmen. Muss ihn nehmen. Lass ihn nehmen. Ey, wenn ich da nochmal was draus ziehe, dann ist es vorbei. Dann habe ich alles gesehen. Komm, drei. Zwei. Eins. Komm, manee. Okay. Ja, ja, ist immer so. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Raffinia muss ich mitnehmen. Als Sub nehme ich den easy mit. Wir langen Schnappen. Okay. Guck mal, was da kommt. Wenigste Urlaub, bitte. Oh! 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 Mokile! Oh! Let's go! Let's go! Mokile nehme ich mit. Mokile nehme ich mit. Mokile nehme ich mit. Meister! Was ist das Ding? Ja, muss halt, muss halt nicht stumm oder so. Ich kann ja nicht, ich sag dir einfach nicht, was dahinter ist. Drei. Mokile nehme ich mit. Ich sag ein wenig, oder so. Naja, ich auch. Nur ein Feet geht noch, dann sagen wir es. Die 86er, von denen nehme ich jetzt einfach mal an. Die hast ich einfach mal. Vor allem, das ist mein erster 300 Formset, seitdem ich FIFA spiele. Wenn ihr zählt, dann noch was rauskommt. Das ist ein Wesen. Wir sind frei. Och ne. Okay. Ich bin sowas von raus, Digga. Ich komm hier. Alter, das kannst du ja so wie sie es komplett abstoßen, wirklich. Ja, auf jeden Fall. Für das geile Video, wie gesagt, lasst sehr gerne ein Like da. Und ihr zählen uns kanal, die 10 Glocke, um nichts weiteres mal zu verpassen. Wie auch sage ich so, ist okay. Player Picks mit Navas. Und, ja, Finja. Völlig in Un- und Raffinja. Na, was könnten wir natürlich spielen, müssen wir gucken. Weil die Goldkarte war absoluter Schmutz bei mir. Deswegen, die testen wir einfach mal. Beziehungsweise habe ich gestern getestet im Stream. Ich nehme das ganze hier am Montag auf. Deshalb habe ich gestern getestet. Und, ja. Ich würde sagen, ich bin raus. Macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. Wegen die Curly. Bis dann. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.